Am nächsten Morgen rief schon um halb acht Karin Walter an. Hallo, Simon, kann ich zu dir kommen? Wir müssen reden. Ja, jederzeit. Ich habe Dienst frei. Ich gehe jetzt in die Schule. Passt es dir gegen zwei? Ja, natürlich. Also, bis dann. Bolt rief noch Harald Mank an, um ihm vom Gespräch mit den Vätern zu berichten. Dann wartete er auf Karin und brachte es nicht fertig, noch irgendetwas anderes zu tun. Sie war pünktlich und schaute ernst rein. Grüß dich, Simon. Was habt ihr gestern Abend noch geredet? Ja, ich habe versucht, diesen Dickschädeln klarzumachen, dass die Buben nicht vor mir Angst haben, sondern offensichtlich etwas wissen, was ihnen einen Schock versetzt hat. Und die Reaktion? Nun, Manfred Wieser hat das Gespräch für beendet erklärt. Und du? Ich habe noch im Keller mit ein paar Brunndorfer Bauern geredet. Nicht ohne, was die vier Lausbuben so alles angestellt haben? Ja, weiß ich. Und der Kurzbacher will sich ein wenig für mich umhören. Vielleicht hat er doch jemand was gesehen an diesem Nachmittag. Du gibst also noch immer nicht auf. Ja, warum sollte ich aufgeben? Es stimmt etwas nicht mit Willis Tod. Da bin ich sicher. Und die Buben werden irgendwann reden müssen. Die können doch mit dieser Belastung nicht ewig weitermachen. Und du sorgst dafür, dass die Belastung völlig unerträglich wird. Also das ist nicht meine Absicht. Aber das Ergebnis deiner Handlungen. Du meinst also, dass ich dem Buben gegenüber rücksichtslos bin? Das ist ungerecht. Du nimmst immerhin so einiges in Kauf. Nicht einmal das stimmt. Je rascher der Fall geklärt ist, desto eher sind auch die Kinder von ihrem Albtraum befreit. Und dafür gehst du über Leichen. Wie? Es gibt nur zwei Leichen. Den Riebelrudi und den Willi. Das war im übertragenen Sinn gemeint. Ich mag es nicht, wenn du spitzfindig wirst, Simon. Du führst dich ganz einfach ungut auf. Wer auch immer den Willi umgebracht hat, hat sich ganz anders aufgeführt. Karin Walter atmete tief durch, stand auf und schaute aus dem Fenster. Bolt trat hinter sie. Wie? Glaubst du, in mir sieht's besser aus als in dir? Karin ließ Bolt stehen und setzte sich wieder. Versuchen wir's in Ruhe. Du bist fest davon überzeugt, dass dein Freund Willi nicht durch einen Unfall gestorben ist. Aber Beweise hast du keine dafür, nicht wahr? Nein, wenigstens keine, die vor Gericht halten würden. Und damals, erinnere dich doch, in der Sache mit diesen Haaren, da war's nicht anders. Und du hast mir geholfen. Da waren mordverdächtige Erwachsene im Spiel. Diesmal geht es um Kinder, die vielleicht groben Unfug getrieben haben. Du hast deine Überzeugung, bitte. Und ich werde dir jetzt etwas erzählen, von dem man genauso gut überzeugt sein könnte. Nimm an, die Buben hätten Willi noch an diesem Nachmittag verspottet oder vielleicht auch durch Bosheiten gequält. Sie sind dann in ihre Höhle gegangen, wo sie ja am liebsten waren. Und oben am toten Hengst hat irgendetwas den Willi erschreckt. Eine Fehlzündung von Gapmeiers Traktor vielleicht, was weiß ich. Jedenfalls ist der Willi in Panik losgerannt und den Vieren vor die Höhle gefallen. Reicht das für einen Schock? Ja, ja, das reicht. Und wen betrifft das große Ehrenwort, von dem sie mir im Ziegelofen erzählt haben? Davon höre ich erst jetzt. Sie haben es sich gegenseitig gegeben, was sonst? Bolt schwieg. Dann sagte er langsam, Ich gebe dir recht, Karin. Wahrscheinlich gibt es sogar noch ein paar Möglichkeiten, die plausibel sind. Aber Wirklichkeit gibt es nur eine. Und die muss ich herausfinden. Und wer ordnet das an? Niemand. Du gehst also deinem Privatvergnügen nach. Du, wenn du das ein Vergnügen nennst, dann kennst du mich ziemlich schlecht. Entschuldige. Noch etwas. Du warst nie dabei, wie ich mit dem Buben geredet habe. Nein, aber ich habe die Wirkung gesehen. Die Kinder sind in einer ausweglosen Situation und du bringst sie dazu, sich dessen so richtig schön bewusst zu sein. Im Gegenteil, ich möchte ihnen heraushelfen. Wenn du jetzt nicht lügst, dann war es die fürchterlichste Hilfe, die ich je erlebt habe. Kannst du das wirklich beurteilen? Du, wenn ich irgendetwas kann, dann das. Ich mag dich, Simon. Das wirst du inzwischen hoffentlich mitgekriegt haben. Aber der Gendarm, der so heißt wie du, der wird mir mehr und mehr zuwider. Du hast es aber mit uns beiden zu tun, Karin, und das wird immer so sein. Dann möchte ich mit beiden lieber nichts mehr zu tun haben. Ein für alle Mal? Karin gab keine Antwort. Sie ging einfach. Sie rannte nicht. Sie heulte nicht. Sie warf auch die Tür nicht ins Schloss. Sie warf auch die Tür nicht ins Schloss.